Jo hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom Kuriositätenkabinett. Wir spielen Game of Thrones von Telltale Games und zwar Episode 3 Das Schwert in der Dunkelheit beziehungsweise der englische Titel The Sword in the Darkness. Ja, letztes Mal hatten wir ja oder konnten wir ja diesen verschollenen oder was heißt verschollenen, verstoßenen Bruder der Familie spielen, der Familie Forrester und jetzt gucken wir mal, ob er es jetzt endlich oder in dieser Episode schafft nach Hause zurückzukehren beziehungsweise wir schauen was in der Mauer passiert und hier sehen wir es schon, Dracarys. Das heißt, eventuell werden wir Daenerys, Sturmtochter, Mutter der Drachen, bla 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 weitere Titel endlich kennenlernen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und ich beginne, wir beginnen mit Episode 3. Oh, der Zwerg spricht. Cool. Oh, der Zwerg spricht. Cool. Ich glaube, dass der König der König sein könnte, um zu töten Ironwick aus dem Haus Forrester zu töten. Frau Marjorie könnte nicht auf solche Allianz sehen. Und das würde Cercel schreien. Obwohl, was mir für mich ist, könnte eher gefährlich sein für dich. Und dein Haus. Vater... Ich werde dich töten. Ist das so? Ich bin überzeugend angehört. Vater, ich werde dich töten. Wer ist er? Mein Onkel. Roderick? Roderick! Oh Gott, es ist dir! Herr? Schau den Meister! Schau den Meister! Schau den Meister! Stimmt, wir haben ja den Typen gekillt, das letzte Mal. Ich erinnere mich. Du töten mich. Und die verlassen Legion wird nicht stoppen. Bis du und dein Freund sind tot. Ja, das werden wir mal sehen. Hm. Aua. Hab ich das gemacht? War ich so böse das letzte Mal? So, jetzt geht's los. Ja. Sie sind zurück. Sie wird zurück. Wenn sie sie verkaufen, Wenn sie sie verletzen, sie werden. Sie werden nicht. Sie ist kosten uns Zeit. Es ist nur, wir müssen uns zu können. Wir müssen uns hier auf den Meistern. Wir müssen hier aufhören. Wir müssen uns hier aufhören. Oder wir müssen uns zurückkommen. Wir müssen uns zurückkommen, Asher. Da ist er doch. Wir sind doch höflich. Ob sie unser Vertrauen rechtfertigt, werden wir sehen. Vielleicht hintergeht sie uns auch. Wann werden sie sich verraten? Nichts. Sie sind immer noch über Tazal. Ja, also. Vielleicht sollte man nicht seinen Nacken schrauben. Es ist so etwas wie überführende. Nicht, dass ich über Tazal care. Er war gut zu verraten und ich habe es so gefühlt. Ich mag es nicht. Das Knochen war zu verraten, um zu verraten. Du hast älter geworden, aber du hast noch nicht. Genau das, was wir jetzt brauchen. Hm, nicht gut. Ah, ein Böger, Harpie! Können wir zurückkommen? Nicht, ohne unsere Freunde von Yunkai zu treffen. Oh, super. Ich bin für den Moment gebrochen, aber alles, was ich sage, ist, dass wir hier nicht sterben müssen. Nur auf der Erde stehen. Danke, Malcolm. Das ist verantwortlich. Natürlich. Wenn er richtig ist, kann ich ihn tatsächlich stoppen. Hast du nichts gefunden? Nicht noch. Nicht yet? What's on your mind? How do you know all that? About the floods and the caves? I've read all about Essos on the voyage over. Histories of Meereen, histories of Slaver's Bay. I just hope it pays off. We all need to pull together if we're going to get out of this and onto Meereen. I can't have you and Besker scrapping. There's so much riding on this. Talia, Ryan, your mother. You and I are supposed to return to Westeros with a sellsword army. and I have the faintest idea, how we're going to pull it off. So, if I seem a bit moody, that's why. I have to return to Westeros with a Lass mich wissen, ob du nichts findest. Wir können hier nicht bleiben. Wir warten für deine Budget-Frienden. Entsprechend. Wir machen einen Plan besser. Hey, Beske. Sie wissen noch etwas über diese Bastards, die uns? Na klar, dass sie dich lieben. Ich habe das ausprobiert. Du hast das gehört. Sie haben ihre Gesichter gemacht. 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 Sie sieht aus, dass sie sich ausfüllen. Das ist warum sie diese Helmets tragen. Nein. Das ist ein loader Horscheid. Oder doch nicht. Schau. Malcom ist gut. Ich versuche es. Er hat mich praktisch aufgetragen. Du weißt, dass mein Vater und ich nicht zusammengekommen sind. Na klar? Er ist ein wunderschön. Und er sieht nicht so aus wie ich. Er hat viele Dinge auf seinem Kopf. Die richtige Dinge, ich hoffe. Ich versuche es zu sagen. Danke. Ich verstehe, dass das nicht dein Kampf ist. Eine Marine ist das letzte Ort, wo du gehst. Gott, Sascha. Geh nicht auf mich auf dich. Zusammen damit wir sind. Beske, wenn du nichts sehen möchtest. Was denkst du? Können wir hier rauskommen? Sehr tief, Sascha. Und wir wären völlig aufgetragen, wenn eure Freunde gekommen sind, bevor wir den Topf zu erreichen. Okay. Keine gute Idee, offensichtlich. Dann... Können wir hier noch gucken. Denkst du, dass wir unseren Weg durchlaufen können? Oder versuchen wir uns überlaufen? Ich weiß nicht. Entweder wird es langer und schwierig sein. Eine falsche Bewegung und das ganze Ding wird auf uns klettern. Hm... Was haben sie sieben Hölle gemacht, um diese Scheiße zu verletzen? Ah, guck mal! Oh, ich glaube, der hat auch keinen Ausgang gefunden. Und Volantis... Wir haben einen... Es sieht, als ob wir nicht alleine sind. Keine offensichtlichen Wände. Vielleicht hat er von Angst. Das ist... Das ist Wasser. Ich höre Wasser... ... aus dem Untergrund. Es könnte eine Höhle näher sein. Schau an das. Gold. Ein galtes Lohn ist gut, das hat es ihm gemacht. Er wird das nicht brauchen. Was? Ach komm. Ach komm. Ach komm. Oh oh! Okay, vielleicht hätte ich doch nicht das Gold nehmen sollen. Komm schon! Das ist Baco, das ist der Mann. Oh oh! 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 Geräusche! Ich kann nicht mal wüssten, was das war. Ich kann nicht mal wüssten, was das war. Naja, solange sie noch so klein und posierlich sind. Äh, äh. Hallo? Hey Stan, ich komme. Nein, bitte nicht drauf. Nein. Das ist sehr, sehr ungünstig. Ja. Was? Dodge? Oh Gott. Äh. Oh, das war nicht gut. Ui. Okay. Ja, das ist eine sehr gute Idee, einen Drachenfrontal anzugreifen. Ups. Aua. Ah, Bamsen. Ach, warum machst du das denn? Oh nein. Oh. Oh. Ach, na jetzt muss ich mich entscheiden. Boah, das ist doch fuck. Na komm, ich stehe auf sie. Tut mir leid. Hey, hey, over here! Get away from us! Tut mir leid, Onkel. Ein Mann muss Prioritäten setzen. Ja, dir geht's sehr gut. Ja, dir geht's sehr gut. Asher! Asher! Kreibe meine Hand! Oh Gott. Oh Gott. Oh. Das war knapp. Ja, bitte geh weg. Puh. Ach, jetzt geht's los. Yay. Sehr, sehr, sehr cool. Ein Drachen. Ich bin mal gespannt, für wen sich die anderen Leute entschieden haben. Den Onkel oder die Tola. Wahrscheinlich kommt es dir auf das Geschlecht des Spielers an. Und dann... Okay, die Mauer sehen wir offensichtlich auch wieder in dieser Episode. Und unseren Jon Snow. Vielleicht. Dann sind wir da wieder daheim. Und übern Teich. Marine! Okay, dann... Ja, stimmt, da ist ja Daenerys zu Hause. Dann bin ich mal gespannt auf Episode 3, nach diesem vielversprechenden Intro. Das Schwert in der Dunkelheit. Das Schwert in der Dunkelheit. Das hört sich auf jeden Fall... ...nach Nachtwache an. Ja. Garret Tuttle. Listen up, you sorry lot. Gather round. We're handing out assignments today. Yay, Zeugnis tag. Garret. We'll be men of the watch before nightfall. Night. Sorry. No hard feelings over that business with Finn, yeah? I appreciate you not ratting me out over the knife. It's nice to know there's at least one brother I can trust. Finn might have killed me otherwise. Just promise me you'll stop stealing things, Cotter. All right. I swear it. Never again. Well, no guarantees on potatoes. Or lamprey pie. Or for that matter. Just messing with you, Gareth. I promise. I'll mend my thieving ways. Well, aren't you two sons of whores looking pissed thieves? Having a good laugh over nicking my knife, eh, Garret? Men like you turn traitor for nothing. It's in your blood. Next, you'll be killing men of the watch for a loaf of bread. Finn, stop being such a bloody fool. When a man takes my gear, it'll be my fist that'll rip their heart from their gullets. You'll always be an arsehole, Garret. Look, just a fucking craven. Look, it's over, all right? Just drop it. You can bugger off if you like. Finn, leave him alone. It wasn't Garret's fault. If you're gonna hate someone, hate me. With pleasure. With pleasure. Now, it doesn't matter what the world once called you. After today, you're all brothers. Could even be that the man standing next to you saves your life one day. Maybe you'll save his. Or takes it. Let's find out then, shall we? Kasper to the builders. Finn to the Rangers. Loboar to the stewards. Garret's, Hugh to the Rangers. Kotter to the builders. And finally, Garret to the Rangers. That's it. They all the gods preserve. Okay, that's right, we don't have a friend out there anymore. Sondern just someone who has us. And you'll be defending him. Should you northern boys want your gods to give a blessing to this union? There's a weirwood tree beyond the wall. Now fall off. Follow my lead. Genau, and there's also John Snow his sword to this tree. An diesem Baum. Garret, it's good to hear you'll be a Ranger. Thank you. I know you wanted this. That's how it's very perverse. I didn't have many friends, when I first arrived at Castle Black. Grant and Pip, they'd as soon as seen me bloodied in the yard than offer a hand. Now, I'd die for either of them. Our brothers are all we have. Finn. Shows you what kind of right fools are running this place. I can't believe they made you a Ranger. You're not fit for the job. You don't have any balls between the legs. Like it or not, we're brothers now. Means we're gonna have to get along. Don't count on it. You wouldn't even be here, if you didn't have snow, leading you by the hand the whole way. People might help you, if you weren't such an asshole, Finn. I wouldn't have to be, if you all weren't asshole too. Oh yeah, das is a nice, so the Lebenseinstellung. No one around here gives a shit about me. They wouldn't even care if I... Do you know how many Rangers are never heard from again in these parts? and I'm about to become one myself. All alone out here. Wildlings everywhere. Or wolves. Or gods. Giant wolves. It's all right to be afraid. Keeps you alert, keeps you from being too confident. Like the next time we fight. I'll remember that fist of yours rattling my skull and I'll think twice. I suppose you're right. You want a different assignment? Because I hear they need someone to clean the shit house. Ha 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 ha. See, that's why I got so fucking mad at you, Garrett. You're the closest thing I have to a friend. Get off. Best friends, yay. You handled that well, Garrett. Thank you, John. They say the old gods watch us through the weirwoods. More than watchers. They know us. The gods are not forgiving. We brothers have to be. We're here. After this, there's no going back. So, then leisten wir uns an Eid up. Take your vows. In the eyes of the old gods, the night's watch offers you a place beside us. Now say the words for all to hear and embrace us as your own. Kann ich jetzt noch abhauen? Heh. Wahrscheinlich nicht. Da. Ist der Baum. Mit den geschnitzten Gesichtern. durch die die alten Götter uns beobachten. Achso, jetzt muss ich das hier so sagen. Den Schwur. Hear my words and bear witness to my vow. Night gathers and now my watch begins. Hear my words and bear witness to my vow. Night gathers and now my watch begins. It shall not end until my death. Achso, jetzt muss ich immer mitspringen. Ich will nicht werden. die ochre die alten und keine Kinder. Vater, keine Kinder. Ich will nicht und ich bin nicht und nicht verstoßen. Geben Sie die Regierungen der Männern. Geben Sie! Ich versuchte mein Leben und Ehre an den Nachtwirkungen. Für diese Nacht und alle Nachts zu kommen. Seid ihr Mädchen? Geben Sie jetzt als Männer der Nachtwirkung! Willkommen zu Ihrer neuen Familie, Garret. Wir sind jetzt auf der Schraube. Wir müssen die Schraube auf die Wände, wenn wir es wollen. Ich wusste nicht, dass du eine Chance brauchst, um mit dir selbst zu spielen, Finn. Garret, du hast einen Besucher. Da oben! Wer ist er? Ich sehe wie dein verdammter Schraube. Ich dachte, es war kalt im Süden des Waldes. Ich habe dich verstanden, dass du hier zurück bist. Ich habe deinen Onkel nicht erwartet. Ich habe dich nie erwartet, dass ich dich hier hier sehen würde. Ich habe mich mit einem schönen Schraube. Ich habe dich nicht erwartet, dass du hier wieder zurück bist. Ich habe einen bestimmten Schraube. Ich habe mich mit einem Schraube gesucht, um den Schraube zu halten. Ich habe dich nicht auf das Schraube gesucht, dann? Ich weiß. Ich habe die Nachrichten über Ethan gehört. Ich war nicht da, als es passiert. Ich glaube, eine kleine Schmerz. Nicht zu sehen, dass unsere Lorde mit einer solchen... Barbarität ist. Aber House Forrester ist nichts, wenn nicht resilient. Unsere Haus hat übernommen, hat übernommen. Er hat viele Gefahr zurückgebracht. Ich sollte da sein, um Ethan zu retten. Ich bin auf dem Wall. Das ist das, warum ich wirklich hier bin. Unsere geheime Mission. Sie erinnern Sie den letzten Worten von Herrn Forrester? Der Nordgrove muss nicht verloren sein. Nur bevor er stirbt. Gregors finalen Kommandant. Er hat dir mit Sicherheit gesprochen. Er sagte, der Nordgrove muss nie verloren sein. Wahrscheinlich. Aber erstens muss er gefunden werden. Ich habe seine Journalisten gelesen. Ich glaube, dass er eine Antwort ist. Ich glaube, dass er eine Antwort ist. Ich glaube, dass er eine Antwort ist. Das ist eine Antwort ist. Ich glaube, dass er eine Antwort ist. Eine Antwort ist. Eine Antwort ist. Eine Antwort ist. Aber du bist ein Tuttle. Der Lord wusste, dass du nicht verlierst. Wie ich. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe eine Antwort. Ich habe eine Antwort. Wie soll ich ihn finden? Wie soll ich ihn finden? Der erste Chance, du gehst, du nachher. Du gehst. Und dann? Du bleibst die Night's Watch hinter. Und du schaffst auf deinem eigenen. Das ist kein kleinem Request. Ich weiß das. Aber es gibt keine andere Wahl. Das ist desertion. Die Night's Watch betrachten die Menschen. Was ist das? Ich weiß. Ich würde das nicht von dir fragen, wenn es einen anderen Weg wäre. Hm. Ich weiß noch nicht, ob ich das machen würde. Eigentlich möchte ich unseren Lieben John nicht hintergehen. Ich habe es hidden in Lord Forrester's Stronbox. Was ist das? Eine Seite aus unserem Lord's Journal. Aber eine, die er ausgelöst hat und sich separiert hat. Warum? Ich weiß nicht. Es ist eine Karte. Die Nürngriffe. Ja. Okay. Oh. Der Eifelstrahlen. Noch ein Drache? Ein Eisdrache? Aha. Verdammter Eisdrache. Gott sei Dank. Jetzt würde ich das sagen. Mammut. Ein Mammoth? Diese Karte fehlt nur Grumpkins und Snarks. Aber das kann nicht wirklich sein, Uncle. Das sieht man familiar. Was ist es, Gareth? Talia gab mir das, bevor ich losgehe. Warte, Lord Forrester gab Ethan einen älteren. Roger auch. Ein Schlüssel? Schau. Es gibt eine Karte. Es muss sich öffnen. Ich wusste nicht, dass das drin war. Ein weiterer Warrer. Aber warum? Vielleicht ist es ein Schlüssel. Für die Karte. Ja. Okay. Können wir nur hier machen. Ja, wow, du bist ja richtig intelligent. Richtig hart, schweres Rätsel. Ein perfekter Fett. Vielleicht ist es uns, wo wir auf der Karte schauen. Hä? Hä? Was willst du da jetzt von mir? Hä? Was willst du da jetzt von mir? Hast du das? Hast du das? Wahrscheinlich nicht, hm? Ah, ich sehe schon. Hm. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht versuchen wir noch ein anderes. Hm. Machen wir mal hier. Das muss wohl perfekt passen. Hm. Ne. Das passt doch. Ach und hier oben ist es dann. Hm. Ich bin ein Trag, Uncle. Es ist keine kleine Aufgabe. Ich bin immer nur ein Schuier. Ich weiß, was ich von dir fragen. Aber ich weiß, dass du auf der Herausforderung bist. Ich weiß, dass du auf der Herausforderung bist. Gott, schau dir über dich. Du bist der Sonne, den ich nie hatte. Lass uns gehen, Gary! Hm. Denn ich weiß nicht, ob ich meine Brüder hier hintergehen möchte. Beziehungsweise ob ich John Snow hintergehen möchte. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht soll ich bei nächster Gelegenheit einfach mit ihm reden. Warum so? Wie eine Wege? Wenn es geht. Na, du wirst dich nicht aus, was ich denke. Ja, ich bin meistens Alk. Okay. Okay. Haben wir gerade Wache jetzt dann? Das war ziemlich mysteriös. Ein Stranger kommt, und du chatst ihn mit. Niemand hat gesagt, es war dein Onkel, die dich zu suchen. Oder was hat er gewonnen? Sie sahen, dass ihr zwei viel zu reden habt. Es wäre wichtig, um zu Castle Black zu kommen. Es ist Kasterland für House Forrester. Sie verkaufen Ironwood für die Bildern. Also, den werde ich jetzt bestimmt nicht erzählen. Wenn, dann John Snow. Es war nichts. Lass uns und feiern. Du hast bereits Geheimnisse von deinen Brüdern, oder? Ich verstehe es richtig. Die Wälder werden schlafen, bevor wir da hochkommen. Komm schon! So. Mal schauen, was weiter geht. In welchem Landstrich von Westeros oder über dem Meer? Ah! Jetzt sind wir in Kings Landing. Oh, es ist die Hoftide. Oh, es ist die Hoftide. Hm, da bin ich mir immer noch nicht so sicher. Oh, es ist die Hoftide. Herr Morgrin? Nein, neben ihm. Herr Tarwick. Wen finde ich die heiß oder was? Herr Morgrin? Herr Morgrin? Herr Morgrin? Herr Morgrin? Herr Morgrin? Bist du okay? Ich bin okay. Danke. Ich brauche nur, dich zu warnen. Herr Morgrin? Dann erzähl mal. Ich bin in Fleebottom letzte Nacht. Als ich hörte ein paar Lannister-Gaards sprechen über... Shhh! Sie wissen schon, dass er ist. Wahrscheinlich tot. Sie questionen Menschen. Sie suchen seine Körper. Es ist nicht sicher. Sie sind 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 sicher. Niemand will wissen, was du getan hast. Was? Was ist das? Sie sind sicher. Wenn wir das überleben, dann können wir keine Details haben. Sie haben ihn verletzt. Sie haben ihn verletzt. Sie sind da. Sie sind da. Sie sind da. Oh Gott. Du musst deinem Kopf runter. Stay aus der Zeit für ein bisschen. Wie? Sie vergessen, wer ich serve? Just... Keep your eyes open. Und ich... Ich werde wiederholfen. Wir sind in das zusammen. Warum Sie helfen mir? Was bedeutet das? Ich bin ein Freund, Frau Mirra. Ich bin Tom. Ich bin Tom. Sie helfen sich zusammen. Oder es sind wir beide. Danke dir, Tom. Danke dir, Frau Mirra. Ich danke dir noch nicht, Frau Mirra. Es gibt noch jemanden, der will dich sterben. Und ich... Mirra? Frau Mirra. Ja. 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 Sie finden, irgendeine Entschuldigung zu sprechen. Ich habe nur nicht das Herz, um ihn weg zu fahren. Also, du hast ihn verletzt. Ich würde nicht die Zeit verletzen. Komm schon. Marjorie erwartet uns in der Gebäude. Ihr verrate ich mal lieber nicht so viel. Du kannst mir alles über diesen... ...Lord Tarwick auf der Weg. Diese Frau kommt mir immer noch... ... sehr suspekt vor. Und da vertraue ich lieber dem... ...Kohle-Jungen als der... ...Kohle-Jungen als der Gebäude. ... 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 Jetzt machen wir doch die falsche Sache. Eigentlich sollte ich den ja ein bisschen befriedigen, äh, befriedigen, befrieden. Lassen I teach you, Forresters. Have you no honour? I'll run you through for that. I'll cut you down like straw men. Stand down, Roiland. As you wish. I bet this makes you angry, eh? You probably want to get up and hit me. But we know how that would go, don't we? Now, are you gonna be a good little Forrester? Learn your lesson and stay down. Ha, and then I'll just do it. I said, get down! All the way down! That's a stupid bastard, man. Get up, Roiland. Stay down, my lord. Your brother defied Ramsey Snow. He didn't know his place. But we made damn sure he learned. I'll probably have to teach Talia here. Unless you're a good little Forrester. You'll learn your place. And stay down. Some Forrester is gonna learn their lesson today. I'll stay down. Consider this even, girl. Your brother learned the lesson for you. You'd be wise to follow his lead. As would all of you. Your lord is a smart man. First in his line that understands. Now you need to understand too. You can be Lord of the Rings. As long as we all know, the moment will come to you. Come on! Then I'll just need a stupid ass. So a bastard. You did the right thing, my son. You had to submit. Aye. A true Lord. But we... We let them win. Sie haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg, meine Kleine. So. War's das? Oder geht's noch eine Szene? Sieht so aus. Jetzt muss ich ihr erklären, warum ich das gemacht hab. Siehst du das? Er schreit trotzdem, wie er das Haus regiert. Aber er hat seinen Garten gelegt. Also, hat er, was er wollte? Oder hast du das? Tja. Ah, das gefällt dir, ha? Things will be different. I asked Ethan not to change who he was. I tried to make him promise me. I now know that was childish of me. I'm ready to change now. I'm willing to do anything to help our family. I mean it, Roderick. I don't care what. I am too. Father used to say we foresters are as tough as the Ironwood. We are. All of us. And I'm sure the others will do whatever it takes as well. What you did, yielding to Griff, you had your reasons. But... No one can know the future. Whatever tomorrow brings, Talia, the foresters will stand tall. We did it. I can't believe it. Na ja, schauen wir mal. What are you waiting for? Äh, ne, ich behalte es natürlich. I can't. What? After everything, we just... I can't burn it. So, es sind wieder einige Entscheidungen zu treffen. Oh, Khaleesi. Schade, wir werden sie wohl nur ganz kurz erblicken. Hallo. Hallo. So, Asher Forrester. If you presume to speak of my Dragons, choose your words carefully. Next time. Next time. On Game of Thrones. Sehr schön. What have you done, Garrod? Frostfinger is calling for your head. Tell me Grif's death was an accident. Mira, what are you doing? Mira, just tell me what's going on. What are you hiding from me? We are wolf. We have no allies. And Grif claims to be the new lord of Ironwrath. There's been a raven from Lord Whitehill. He's invited us to Highpoint. Drogon wouldn't have attacked without reason. By order of the queen. Fuck you and your queen. Deal with your friend. Nothing ever stays in the past, Asher. Carried. It's time to go. Ach, haue ich jetzt tatsächlich ab? Oh man, das wollte ich gar nicht. So, schauen wir mal. Wie haben sich die anderen entschieden? War wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Sehr schöne Episode, muss ich sagen. Also mir gefällt die Reihe wirklich. Ich bin halt auch einfach ein großer Game of Thrones Fan. Muss man dazu sagen. Ich würde wahrscheinlich alles kaufen und alles geil finden, was mit dem Thema zu tun hat. Aber jetzt schauen wir doch mal, wie sich die anderen entschieden haben. Okay. Die Mehrheit hat dem Onkel geholfen, nicht der Beskar. Okay, interessant. dass sie den meisten nicht der Lady geholfen haben. Okay. Knapp die Hälfte hat sich entschlossen, mit Tyrion zu reden und der Margaery den Rücken zuzukehren. Ah genau, die meisten haben ihn nicht noch aktiv umgebracht, sondern sind weggegangen. Die meisten haben sich ergeben. Die meisten haben es behalten. Die meisten haben es behalten. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Kuriositätenkabinett. Wir spielen Game of Thrones von Telltale Games. Macht's gut, bis bald und Servus! Tja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020